Genau deshalb. Haben sie nicht gehabt. Jo, weil Cosa Notra fetsen wollte. Wen? Den mittleren, den linken oder den rechten? Den temporalen. Gut, dann Feuer. Ich aktiviere meine Blase. Klick mal mit rein, wenn ich das noch hinkriege. Boah, da ist ja alles drin in den Gravitationsquellen. Ist weg, oder? Temporal. Weiß nicht, hämmer einfach nur. Ne, ne, er hat noch 70. Ne, da wird noch. 60. Keine Ahnung, ich sehe kein Ziel mehr. Kann nicht schießen. Ich bin auch desabled hier. Ich kann wieder nichts drücken. Ich kann auch nichts drücken. Ich bin in so einer Blase drin. Ah, hier ist die temporale. Meine Taktik-Buffs rausgehauen. Ah, ich hab noch. Loll, wir haben die alle mit der Grafikquelle, haben wir die alle in eine Dingens gezogen, haben die alle vernichtet. Ja, ich kann den Kampfstern drücken. Ja, ich kann den Kampfstern drücken. Ja, für die nächste Mission. Mann. Ja, das kam bei mir echt auch eben leider zu spät. Jetzt kann ich nicht mehr, jetzt habt ihr mich geheilt, ey. Äh, ich hab Server-Nacht-Responning. Nein, ja, dabei sollen jetzt nicht derack dei …